Was haben wir hier? Nun zwei Gleichungen, in denen jeweils x und y vorkommen. So etwas kann man lösen und das nennt man das Lösen von einem linearen Gleichungssystem. Wenn wir die zwei Gleichungen lösen, erhalten wir für x und y jeweils eine Zahl und das ist auch der Schnittpunkt dieser beiden Gleichungen. Das heißt, wenn wir die zeichnen würden, würden wir einen Schnittpunkt finden, zeichnerisch, und jetzt gehen wir allerdings her und versuchen das Ganze auszurechnen. So, wie funktioniert das Ganze? Nun, wir müssen beide Gleichungen erst einmal nach y auflösen. So, ganz oben haben wir 2x plus y gleich 5. Wie lösen wir das Ganze nach y auf? Nun, indem wir erst einmal minus 5 rechnen. Also halten wir 2x plus y minus 5 auf der linken Seite der Gleichung und 5 minus 5 auf der rechten Seite der Gleichung ergibt 0. Jetzt subtrahieren wir y, also wir haben hier auf der linken Seite plus y. Wir subtrahieren y, fällt das auf der linken Seite raus. Wir halten also 2x minus 5 ist gleich minus y. Wir wollen allerdings nicht minus y, sondern einfach nur y. Also müssen wir beide Seiten der Gleichung mit minus 1 multiplizieren. Bedeutet, überall drehen sich die Vorzeichen rum. Aus plus 2x wird minus 2x, aus minus 5 wird plus 5 und aus minus y wird plus y. Also minus 2x plus 5 gleich y. Vielleicht nochmal einrahmen. Das ist die erste Gleichung nach y aufgelöst. Und genau das Spiel machen wir jetzt auch mit der zweiten Gleichung. x minus y gleich 1. Wir subtrahieren erst einmal 1. Also x minus y und jetzt minus 1 auf der linken Seite der Gleichung. 1 minus 1 ergibt 0 auf der rechten Seite der Gleichung. Und jetzt können wir einfach y addieren. Bleibt also links übrig. x minus 1 ist gleich 0 plus y ergibt y. Also beide Seiten wieder umgeformt. Und somit hätten wir die zweite Gleichung nach y aufgelöst. Jetzt haben wir zwei Gleichungen hier in orange eingekastet. Und beide sind nach y aufgelöst. Das heißt, wir können das Ganze jetzt gleichsetzen. y ist sowohl minus 2x plus 5. y ist aber auch x minus 1. Also das muss gleich groß sein. Also minus 2x plus 5 ist gleich x minus 1. Und hier können wir jetzt einfach nach x auflösen. Also x auf eine Seite der Gleichung bringen. Die Zahlen auf die andere Seite. Funktioniert folgendermaßen. Erst einmal addieren wir auf beiden Seiten der Gleichung 1. Wir haben auf der rechten Seite minus 1 plus 1 hebt das Ganze auf. Also minus 2x bleibt stehen. Dann plus 5 plus 1 jetzt nochmal dazu ergibt plus 6 ist gleich. x minus 1. Minus 1 plus 1 bleibt einfach x übrig. So, und jetzt hätten wir noch minus 2x auf der linken Seite. Bekommen wir weg, indem wir plus 2x rechnen. Also minus 2x fällt links weg. 6 bleibt übrig. Ist gleich. Und x plus 2x ergibt 3x. Oder 3 mal x. Und jetzt wollen wir nicht 3x, sondern nur 1x. Also müssen wir durch 3 teilen. Und 6 durch 3 ergibt 2. Ist gleich. 3 mal x durch 3 bleibt einfach x übrig. Also 2 gleich x. Oder umgekehrt geschrieben x ist gleich 2. So, auch hier mal. Blauer Kasten drum. Damit gehen wir in eine der beiden Gleichungen. Also zum Beispiel in die obere. Die obere war ja 2x plus y ist gleich 5. Wir setzen x gleich 2 ein. x gleich 2. Das setzen wir ein. Also 2 mal x ist dann 2 mal 2. Plus y gleich 5. Demnach 4 plus y gleich 5. Wir subtrahieren 4. y ist gleich 1. Das heißt, der Schnittpunkt liegt bei x gleich 2. y gleich 1. Mehr zu linearen Gleichungen beziehungsweise linearen Gleichungssystemen in der Endcard beziehungsweise auf meinem Kanal.